Salaam alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Ich freue mich euch heute zeigen zu können, wie einfach man ketogene Nudeln aus nur drei Zutaten herstellen kann. Und sie haben eine tolle Konsistenz und stehen herkömmlichen Nudeln eigentlich in nichts nach. Und man kann sehr gut Nudeln, Bolognese daraus herstellen oder sie mit jedem anderen Gericht kombinieren. Wir geben dazu drei Bio-Eier in den Vitamix oder in jeden anderen Mixer. Dann kommen 50 Gramm Bio-Speisequark hinzu. Und die dritte Zutat besteht aus 10 Gramm Bambusfasern. So könnte man diese auch mit Mandelmehl oder mit Kartoffelfasern ersetzen. Aber ich kenne kein anderes Mehl, das mit 0,1 Gramm Kohlenhydraten pro 100 Gramm aufwarten kann. Optional könnte man dann noch mit Himalaya Salz salzen, etwas Knoblauchpulver hinzugeben und eventuell noch etwas Kurkuma für die gelbe Farbe. Nachdem alles durchpüriert wurde, geben wir dann diese Mischung auf ein Backblech, welches mit Backpapier ausgelegt wurde. Allerdings halte ich das nicht für eine sehr gute Lösung, weil das Backpapier eben durch die Flüssigkeit ganz wellig wird. Und der Teig hinterher dann sehr dünn wird, wie wir hier gleich sehen werden. Und dieser dann sehr viel schwerer zu verarbeiten sein wird hinterher. Deshalb möchte ich empfehlen, dass ihr eine Silikon-Backmatte dafür verwendet. Die werde ich euch an der Pinnwand verlinken und das werde ich euch gleich im zweiten Versuch zeigen, wie die aussieht und wie es damit funktioniert. Wir sehen hier auch, dass der dünne Teig ziemlich stark an dem Backpapier festklebt. Und man sehr aufpassen muss, dass der nicht auseinanderreißt. Deshalb ist eine Backmatte aus Silikon, die natürlich BPA-frei ist, sehr viel besser dafür geeignet. Aber trotzdem funktioniert es auch damit, wie wir jetzt sehen. Wir rollen dann einfach diese Stücke auf und schneiden die dann so in dünne Nudeln. Und schon haben wir unsere fertige Nudeln, wie wir jetzt sehen. Das ist eigentlich wirklich einfach, das Ganze. Aber wie gesagt, eine Silikonmatte ist dann doch eben besser dafür geeignet. Aber die Nudeln schmecken köstlich, sehr neutral und man kann sie wirklich mit jeder Art von Eintopfgericht kombinieren. Ob das nur Nudel-Bolognese sind, wie hier in meinem Fall, wie ich meine Bolognese-Soße zubereite, das Video dazu kann ich euch hier oben gerne verlinken. Wir können dann noch mit Parmesankäse dekorieren und mit einigen Kräutern. Aber wie gesagt, kann man die Nudeln eben mit jedem anderen Gericht auch kombinieren. Und wir können endlich auf ungesunde, herkömmliche, kohlenhydratreiche Nudeln verzichten. Hier in meinem zweiten Versuch habe ich einfach die doppelte Portion hergestellt, also 6 Eier, 100 Gramm Bio-Speisequark und 20 Gramm von den Bambusfasern. Und da die Bambusfasern praktisch mit 0 Gramm Kohlenhydraten auskommen, bestimmen auch diese Nudeln so gut wie aus keinen Kohlenhydraten. Das Ganze wird nochmal durchpüriert im Vitamix. Und dann habe ich eben hier diese zwei Silikonmatten, BPA-frei verwendet und die Flüssigkeit darauf gegossen und gut verteilt. Der Nachteil jedoch auch bei einem Backblech ist der, dass das Backblech in der Mitte immer so eine kleine Erhöhung hat, weshalb der Teig in der Mitte dünner wird und außenrum dicker, wodurch der Teig auch wieder hier ungleichmäßig in der Dicke wird. Wer daher ein wirklich komplett flaches Blech oder Gefäß zur Verfügung hat, der sollte das dafür verwenden, damit eben die Nudeln wirklich gleichmäßig in der Dicke werden. Aber wir sehen hier trotzdem, dass natürlich die Silikonmatte sehr viel besser geeignet ist, weil der Teig darauf überhaupt nicht klägen bleibt und man ihn sehr viel besser verarbeiten kann hinterher. Auch hier rollen wir wieder den Teig auf und schneiden ihn in relativ dünne Scheiben, so dass wir am Ende wieder die tollen Nudeln erhalten. Hier sind die Nudeln teilweise eben sehr viel dicker als vorher, wie wir jetzt hier sehen, weil das Backblech eben in der Mitte diese Erhöhung hat. Aber wie dem auch sei, dem neutralen Nudelgeschmack und dem Aussehen hat es auch keinen großen Abbruch getan. Viel wichtiger ist hier, dass wir endlich ketogene Nudeln haben, die lecker schmecken, mit denen man köstliche Gerichte zaubern kann, mit denen man herkömmliche Kohlenhydratbehaftete ungesunde Nudeln ersetzen kann. Man kann sie sogar einfrieren, wie wir hier sehen, so dass man immer Nudeln zur Hand hat, wenn man dann diese benötigt. Mein Video zu dem ketogenen Spaghetti-Gericht mit Thunfischsoße verlinke ich euch gerne mal hier oben. Die Shirataki-Nudeln in dem Gericht jedoch sind nicht jedermanns Sache, weshalb auch hier wieder diese Nudeln eine tolle Alternative sind. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam Adullagen, am Unshart Beferde über 280- tienes der trees. Absご�ge, das war Weekly 5, bis fast eine Zentrale Tasselärastfülle Fatigue, Bis zum Beispiel Oneori epidertwa Terим, aber wir gucken es in alle Orte, ở dem희들이 das殺stme Bulletten, Also, прям ja ausprobiert, Untertitelung des ZDF, 2020